Dieses Auto hat alles. Das Auto ist sehr sportlich. Das Auto ist mega dynamisch. Wenn du ein bisschen aufs Gas gehst, dann antwortet er direkt. Da kommt direkt Power da. Das ist natürlich Spaß von Fahrdynamik und Sound ist für mich einer der wichtigsten Faktoren. Es ist ein Traum, dass man auf seine Leidenschaft einen Beruf machen kann. Ich habe das und genieße das jeden Tag und möchte eigentlich, dass es nie aufhört. Das Auto ist ein bisschen größer, ein bisschen breiter, aber trotzdem mit weniger Gewicht. Und das auf der Rennstrecke und das auch auf der Straße spielt eine Rolle. Erstmal auf Performance, aber spielt auch eine Rolle im Verbrauch. Doch wenn du ein Trollstück machst, dann bist du eine Rolle im Verbrauch. Das ist immer das exercise. Anyways. K兒 ist darauf und bisiani an. traveled ein Service kommt weg und raus. Vielen Dank.